also willkommen zu einem weiteren letztlich von minecraft survival waren es hier geblieben den kalion auszubauen machen wir mal ja dann gucken wir das minecraft das alle wieder geht mal tag würden wir würden tag werden und mal sehen wie es ist ich achte dass ihr was sieht nebenbei mir ganz wichtig ist m m m m m sind wir denn 3 wir haben auch noch vorgesehen jede ebene von ganz unten dann hoch gebaut eben ausfüllen tut deswegen immer mal runter ich finde ja langsam an dein haus bauen 1 2 3 noch 1 und so was nähe dauert noch ich müsste im tag eine weizenform anlegen wichtigste für mich wäre jetzt eisen ja um zu haben auf die feind geht das hier so gut dann halten ich will mal fackeln und die hülle unten erfrossen wir sind dabei wieder stecke zu machen dann nehmen wir noch Mal gucken, wo die Zombies hier sind. Ich höre, ich höre Skelett und alles. Gut, hat mich Luft erreicht. Wo kann man mal alles rausholen jetzt? In Ruhe. Können wir hier ein bisschen was rausholen. Es ist immer schön, oben was zu finden. Ja, Minecraft kann man ja zum Ewig-Projekt werden. Genau, kann man ja zum Ewig-Projekt machen. Man kann ja auch Tanks lösen. Hab's gehört. Umliegende Tanks. Ja, aber dann wird es hier immer was lösen, point. Schankmäßig. Wenn man mal über Land eine Trum macht, fährt man doch das einige Chancen durch. Was neu, wenn was Neues ist. Und da kann man doch die Chance, auch Lössen die draußen sind, wo nichts ist. Weil es einfach sinnvoller ist. Aber dann haben wir weniger Tage, dann die Map ein bisschen kleiner. Oh, oh. Oh, oh. Mal gucken. Mal gucken. Mal jetzt alles raus aus dem Seminer. Seminer. Gut. Gehen wir mal hoch. 1, 2, 3, 4, da müssen wir hin. Machen wir mal hoch. Dann werden wir in der Werkbank, in der Tour tun. Dann kommen wir mal nebenan die Miner. Auf hoßen. Die haben ja auch alle auf einmal geschossen. Schnell mal ein Haus. Schnell. Dann müsste ich eigentlich nur aus dem Haus rausjocken. Warten wir mal, bis das Haus weg ist. Ich bin noch mal da drin. Kommt ihr raus? Die gehören da. Ah, das hat mich schon wieder. Die Tasse hat mich... Oh, oh. Ich bin schon wieder hoch. Da ist weg. Wenn wir es essen. Die Jahre steigt noch nicht rein... Ja. Oh, oh. Aber ich bin jetzt schon so niedrig Fleisch verhalten. Ich bin jetzt schon häufig in den Kopf auf ப bei der Zeit bin. Ist denn okay, das war echt gut. Oh, oh. War schon mal so niedriges. ich weiß nicht weiter jetzt rein und irgendwas kommt ihr meinen lieben gehören denn freuen ich will dass sie in die sonne gehen und sterben ich muss mir rein was essen gut machen wir die frauen unten das ist wichtiger mal das ist nur ein paar sachen durch nur schnell dann geht es wieder raus ich hätte lieber keep innen tor anmachen sollen so meist bist du nicht so weit weg soll ich mal sachen wieder kriegen bei den gehörten ich mache das dach oben weg ich halte kurz außen wieder an oder das dach oben ab das nervt jetzt ich halte es einfach aus das nervt jetzt ein bisschen das ist er wenn man sachen abholen die senden ich halte das aus ich halte aus halte kurz aus und sehen uns ja ich halte kurz außen die nerven zurzeit nur mein sohn einfach nur im kreativ modus gehen ich weiß da haben sie mich ein bisschen zu sehr genervt jetzt erstmal wieder einfach und dass ihr wisst ähm gif 3 minikraft das war's halte ich morath da gehen wir kurz gm 1 kreativ das kommt weg und die die der hat im 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 die es müssten heißen müsste heißen ist ich lock mal raus könnte da eigentlich eine skelettform draus machen es sind einfach zu viele gewesen jetzt die ich wohnt habe egal heute noch unsere farm anbauen haben jetzt egal ich hätte ja gesagt hier auf nicht so ganz so weit oben hier die oberste muss weg was das was hat sich das war der ak man schaufel und schaufel die folge eben heute bauen länger ist ja nicht schlimm ja die farm aufbauen hier oben mit lenkrad ab sofort wenn ich gerade noch nicht eingestellt habe deswegen machen wir es noch nicht und noch mal was nach essen sie gesagt ihr könnt eure workers einschicken bei mir immer noch oder irgendwas anderes was ich vorstellen soll wenn ich nicht vergesse du schon in den zwei die ich hier noch meine e mail adresse reinsetzen jetzt gehen wir noch schnell hin und mal brauchen wir noch auf jeden fall ich brauche drei schnitz um auch mal getreide herz gut für einmal brot dann holen machen wir noch schnell einen 8 da brauchen wir noch eine kohle genau dazu 8 mal eisen eine kohle gut wird noch auf drei eisen können wir mal gucken was noch und dann ich komme gleich nach dem abends immer diese Leute die die liebes egal der ziel den ganzen tag immer selber lassen immer alle türen auf ich bin auch wenn die farm bauen oben auf dem dach der mauszeit zu sagen haben das zeit und die extra hier hin so das immer wachsen das ist unser haus und tschüss bis zum nächsten mal